Herzlich Willkommen zu meinem Aufsvideos Herzlich Willkommen zu meinem Aufsvideos Herzlich Willkommen Herzlich Willkommen und ja jetzt ist viertes obergeschoss der da oben hat der mutter mein dachlog und ja so abwärts ich möchte gar nicht mit niemanden von spieler einwand hatte zwei ich war immer gerne alleine aufzüge ich war nicht so gerne mit niemanden sonst fragen uns waren die leute mich was ich hier mache und ja das ist ja doch ich habe keine lust zu anzuworten und ja das ist wie immer Oh man ja, anders ausbetrieben. Das ist hydraulisch. Hey, was? Das ist hydraulisch. Oula. Hey, Leute, das ist hydraulisch. Ich habe das Gefühl gehört. Und hier. Da ist dieses Gewicht. Das sieht man da. Aber ich glaube, der Aufzüge, wenn ja auch einer, einmal muss es jetzt, dass einer außer Betrieb hat jemand fest, dass Stöhr oder sowas. Ja, zur Partei hat leider keine Ahnung. Das ist von Tipper. Jetzt kommt jetzt der andere, hoffentlich nicht zum Untergeschoss. Und hier ist das. Ich bin jetzt ein bisschen. Und hier ist es. Ich bin jetzt ein bisschen. Da drinnen ist nicht ein Glühbirne. Da drinnen ist nicht ein Glühbirne. Das wäre nicht gut, wenn die ganze Zeit offen bleibt. Du musst ja auch fahren. Ja dann vielen Dank für das Zuschauen und bis nächstes Video. Ciao. Hier wieder wieder fahren. Ciao. Bis zum nächsten Mal.